So Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute gibt es die Vogelsteig Batterie von Blackbox, wie man hier unschwer erkennen kann. Gekauft habe ich die für 7,99 Euro bei Feuerwerkland beim Resteschießen. So, machen wir mal auf das gute Stück. Ich bin noch gar nicht drauf gefilmt. Ich bin natürlich der Boss. Hier haben wir noch mal das Backlabel, wollte ich gerade sagen. Alles klar. Und hier haben wir das gute Stück an sich. Mega klein, aber wunderschön. Und ja, wir werden die jetzt gleich mal nach dem Cut sichern und anziehen. Jetzt machen wir hier die Vogelstrecke und gucken mal, ob die mehr kann als die Brutus zum Beispiel. Viel Spaß. Alter, schwer. Also, also Jungs, die ist, alter. Die ist richtig, richtig gut, Leute. Unbedingte Kaufempfehlung, aber für die, die die nicht abholen können, leider nur VE-Ware. Trotzdem richtig, richtig geil.